Diese Aufgabe ist in ein paar Sekunden erledigt. Schauen wir uns das mal an. Gegeben ist eine Gerade. Man sieht sofort Normalvektorform. 1-3 ist der Normalvektor. Solche Sachen muss man so gut gelernt haben, dass man die ohne Nachdenken sofort auf den ersten Blick sieht. Und jetzt steht da, geben Sie gleich die Gleichung der Geraden h an, die durch den Punkt 0,0 geht und zu g parallel ist. Nun gut, hier ist die Lösung. Fertig aus. Nächstes Beispiel bitte. Vielleicht noch die kurze Erklärung. Wieso ist das so einfach? Wenn die Geraden parallel sind, haben sie klarerweise denselben Normalvektor. Und wenn sie durch den Punkt 0,0 gehen, wenn ich für x und y 0 und 0 einsetze, kommt da klarerweise 0 raus. Okay, das war's.